Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Er teilt hier eine Lektion. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Ben will Drift bald tot sein und jetzt kann ich auch noch sieben. Miss Kai. Ah! Ah! Es wird mir ein Vergnügen bereiten, Ihr Gehirn zu sezieren, Miss Kai. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Er teilt hier eine Lektion. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Ben will Drift bald tot sein und jetzt habe ich auch noch sieben. Miss Kai. Ja. Oh, 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 oh. Oh, ich träge doch schon Schla... Oh, Alter. An alle, wir haben Sichtkontakt. Das Stahlberg wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlberg wurde neutralisiert. Und jetzt hat man die Koffer? Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu beachten. Verstanden, Sir. Da passiert doch gleich irgendwas. Hm, wir sehen Batman auf dem Bildschirm. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Hm, Batman? Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Hm. Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Als Frau hat man nichts als Arbeit. Halt durch, mein Hübscher. Ich werde dich retten. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Wehe, du bist schon tot. Für was hättet ihr euch entschieden? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich hab mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber gröblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. Gut. Wieder als Batman unterwegs. Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wandertower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle Waintec-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von tausend anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Rakete als Ziel erpasst. Gebäude getroffen. Ziel wurde getroffen. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Mehrere Ziele neutralisieren. Große Anzahl von Lein. Große Anzahl von Lein. Bestätige Treffer. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Die Haaren, Batman. Wie gut, dass man so guter Panzer haben. Sie versuchen, Batman verschwunden. Keinen Sichtkontakt. Die Haaren, Batman. Mehrere Ziele neutralisieren. Große Anzahl von Leichen. Bestätige Treffer. Bestätige Treffer. Ziele wurden bekämpft. Ziele wurden bekämpft. Weihnachtsbaum. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Geh zur Basis zurück. Ja, wie viele Hubschrauber muss ich dann noch scannen? Ihre Beutezüge enden hiermit.